Hi, wir sind jetzt auf dem Weg zur ARGE, zum Arbeitsamt, ein bisschen hier Tarnmodus, weil wir wollen den Einsatz machen, den ich vorhin schon, der müsste jetzt dann, wenn ihr das seht, schon mittlerweile gepostet sein, angekündigt. Also die Bundeswehr, die macht im Prinzip auf dem Jobcenter, macht die eine Werbeveranstaltung. Wir wissen jetzt nicht, was für ein Publikum nehmen, wollen die Hartz-IV-er werben, wollen die Eurojobber werben, werben die Jugendliche, also Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Und das werden wir uns angucken und ich habe auch schon eine kleine Ansage vorbereitet. Ich weiß noch nicht, was passiert, ob das Video rauskommt, ob ich dann mitgenommen werde oder was weiß ich, ob die die Polizei holen wieder, wenn die genauso intolerant sind wie die letzte Toleranzveranstaltung, bei der ich war. Naja, das ist auch jetzt erstmal der Testaufgabe mit der Fotografie, hier mit dem, mit der Kamera. Der Rose steht an der Krim. Arbeitslose, Sozialempfänger, ihr könnt, hier in Deutschland seid ihr nichts wert. An der Front, an der Front, könnt ihr euch beweisen, ihr könnt mit deutschen Interessen sterben. Ihr könnt ferne Länder bereisen, interessante Menschen kennenlernen und diese töten. Und alles im Interesse des deutschen Volkes. Heil Merkel! Heil Gauck! Heil von der Leyen! Im Interesse des deutschen Volkes. Heil Merkel! Heil Gauck! Heil von der Leyen! Heil Merkel! 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 Heil! Heil Merkel! Heil Merkel! Heil Merkel! Heil Merkel! Heil Merkel! Heil Merkel! Untertitelung des ZDF, 2020